So, moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier vor dem Stuntwerk Krefeld. Ja, Krefeld. Richtig geil. Hier kombinieren sich mega krasse Sportarten und man kann hier ab demnächst, beziehungsweise wenn das Video online ist, dann hier mit rein. Und ich wollte euch einfach nur in diesem Video jetzt das Stuntwerk vorstellen, für die, die halt nicht wissen, was das Stuntwerk ist. Und dabei habe ich auch jemanden mitgebracht, und zwar den Eddie. Das ist Eddie, der gehört hier zu meiner Parcours-Crew. Und hinter der Kamera ist auch noch der Maverick, der gehört auch dazu, der wird euch auch noch ein paar Sachen zeigen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und checken mal das Stuntwerk ab. Let's go! Ready? Ja, komm. Ja! Das war close. Boah, ich trau mich nicht. Okay, Leute, nur damit ihr Bescheid wisst, also wir sind alle nicht richtig warm, weil wir eigentlich heute alle pausieren wollten, aber heute hat es sich angeboten, dass wir hier vorbeischauen und ich wollte unbedingt das Landwerk vorstellen, deswegen machen wir das jetzt, aber irgendwie sterben wir alle ein bisschen, aber hey, let's go. Das ist The Office, oder? Ja, cool. Marcel, häng dich mal. Ekelhaft, oder? Schon ekelhaft. Ich überheiß es nicht. Ja! Ja! Wuhu! Ein bisschen weniger Schwung, dann geht's. Ey, Mann! Du hast deine Tür abgesetzt! Der steckt einfach perfekt drin, der hab ich nicht getraut zu kommen, Alter. Ey, Baller! Hm? Ach, die Dinger bewegen sich auch noch. Ja, ja, das ist krass, Alter, jetzt kommt ihr die Leiter da oben an. Ja, Mann, hab ich auch schon gesehen. Ich glaub, du kannst die besser Speedrunnen. Jetzt kommt der Twisty-Türmer. Boah! Das ist der Klasse, ey. Ich wollte den Klasse. Wir haben jetzt eine Challenge-Idee. Und zwar nehmen wir jetzt diese Dinger hier. Und wir müssen von hier mit denen hier so rüberwandern. Bis zum Schluss. Jetzt hab ich Bock, dann lass mal andere nehmen. Ja! Nice, nice, nice. Aber damit geht's auf jeden Fall. Mal gucken. Oh, der will zwei? Ja, okay. Ja, das ist klug, aber. Ja, okay, du meisterst. So, also das ist eine Challenge, die haben wir noch gar nicht ausprobiert. Und wir finden die richtig gruselig. Ja, ich glaub, halt, Schwein. Ich hab mir jetzt nicht den Platz gegriffen. Oh! Oh, nice! Oh! Das war's. Ich hoffe, es war ein schöner kleiner Einblick hier ins Stuntwerk. Den Maverick werdet ihr hier übrigens auch häufiger finden, weil er arbeitet hier auch. Und ja, ich freu mich über jeden, der hier mitkommt, vorbeikommt. Ich bin definitiv auch hier angemeldet und bin auch häufiger hier vorzufinden. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!